Pace. Ich habe jetzt 5 Stunden geschlafen oder so, war nach dem 12 Stunden Livestream noch ein bisschen wach gewesen und ich wollte dieses Video einfach nochmal machen, um mich bei euch da draußen zu bedanken, weil das war ein echt krasser 12 Stunden Livestream. Wir waren nie unter 700 Zuschauer, selbst um 6 Uhr morgens, wo eigentlich so die Flauten, ne 4, 5 Uhr ist so die Flautenzeit. Also da gehen die, die lange wach bleiben, schlafen und da ist auch noch keiner wach von denen, die einen normalen Schlafrhythmus haben, versteht ihr das? Und da hatten wir trotzdem 750 Zuschauer. Und im... ach, was wollte ich denn sagen? Genau, und im höchsten hatten wir halt auch 5200 Zuschauer, das muss man mal realisieren. Gut, der Chat ist voll mit kleinen Montana-Fans leider, ich weiß nicht, ob YouTube da nochmal was regelt, aber läuft auf jeden Fall. Ich wollte einfach nur nochmal Danke sagen, ich weiß, ich sehe jetzt wahrscheinlich ein bisschen müde aus. Boah, Alter, mein Vollbart. Ja, Vollbart. Das musste ich einfach jetzt nochmal in eigenes Video packen. Das Video werde ich nicht monetarisieren, ich bin nicht Geldgeil, nein. Und ja, mal gucken, was noch in Zukunft läuft, oder? Boah, mein Mike. Hi, Mike. Na ja, danke schön, ne. Alles klar. Ähm, jetzt sollte ich eigentlich auf Stop drücken, oder? Na ja, bye. Bis zum nächsten Mal.